Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format, welches allerdings zeitlich begrenzt sein wird. Und das könnt ihr euch vielleicht schon denken, wie viele Tage das laufen wird, wenn man hier die 24 Türchen vor uns sieht. Ja, ihr seht richtig, ich habe für euch einen Adventskalender gebastelt. Okay, er ist nicht ganz fertig, ich hatte schon erste Probleme. Um mal ganz vorne anzufangen, erst wollte ich heute was an meiner Olympia-Anlage in Lilienstein machen, aber die Anmeldeserver lassen mich nicht drauf, also gibt es vermutlich heute keine Folge, beziehungsweise es gab dann wahrscheinlich heute keine. Dann ist mir der Adventskalender schon zur Hälfte wirklich wieder abgebrannt. Man sollte nichts mit Feuer reintun, wenn man mit Holz baut. Und deswegen bin ich nicht ganz fertig geworden. Also bevor er mich jetzt auf Baufehler hinweist, dass hier irgendwo Fackeln fehlen. Ja, da ist noch nichts drin. Aber heute ist ja dann endlich der 1.12. und das bedeutet, wir können ein Türchen aufmachen. Ja, was ist denn hinter diesen Türchen? Nun, ich habe jetzt hier versucht, immer irgendeinen kleinen Einrichtungsgegenstand oder einen kleinen Baukniff zu bringen. Das sollen auch nur so ganz kurze Folgen werden, außer jetzt der ersten, wo ich das erkläre, so eine Minute oder irgendwas. Ich möchte nur das Türchen aufmachen, euch zeigen, was drin ist. Und ja, gegebenenfalls, wenn es irgendwas Komplizierteres am Bau ist, was eher nicht sein dürfte, dann zeige ich auch, wie es geht. Oder wenn es irgendein Trick ist, den ihr vielleicht nicht kennt, dann würde ich den auch erläutern. Ansonsten ist das nur eine ganz kurze Geschichte und wir fangen heute natürlich an mit dem Türchen Nummer 1. Wir könnten es jetzt hier suchen, allerdings weiß ich, wo es ist. Und dann versteht ihr wahrscheinlich auch das Konzept und dann muss ich es nicht nochmal erklären. Hier ist das Türchen Nummer 1. Das machen wir auf. Ich setze mir mal so ein Close Zone drüber, damit wir wissen, dass das offen ist. Sonst, ja, suche ich mich dann am Ende wieder tot. Und hier ist auch schon unser, ja, Adventskalender Türchen Nummer 1, ein Regal. Ja, nicht spektakulär, aber vielleicht könnt ihr es verwenden, nachbauen, wie auch immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss, macht's gut, bis morgen.